Stunde vorbei. Keine der beiden Mannschaften reißt die Partie bisher an sich. Und er haut das Ding vor. Stark angesetzt zum Kopfball. Der ist drin. Dicker Schnitzer vorm Torhüter und dafür bekommt er die Quittung. Ist der reaktionsschnell. Der Ball prallt ab. Er ist sofort da und schlägt zu. An der Seitenlinie tut sich was.